Moin, moin, jo, hier ist euer Franz Zembier. Jo, und nun will ich euch mal... Boah, das ist ne komische Flasche. Das sagt jo gar nix. Aus unserem Sendestudio direkt in eure Ohren. Die Sonntagsmorgenschau mit Tom. Jo, Nachrichten und Blödsinn, den keiner hören macht. Tschüssi, Kowski, hier von Franz Zembier.